Klassikotalk Wir sind, glaube ich, wir sind jetzt Ich glaube so all in all 10, 15 Spiele in der neuen Saison drin Ihr wisst ja, nicht jeder Fußballtalk von mir altert gut Es gibt manche, die altern sehr, sehr schlecht Aber dass Mbappé, Vinny und Rodrigo nicht funktioniert habe ich irgendwie in der Nase gehabt Du kannst mir sagen, was du willst Wir werden gleich natürlich darüber sprechen wie gut Barcelona das gemacht hat Aber dieses Setup dieser drei Stürmer funktioniert nicht Und es erinnert mich brutalst brutalst an Messi, Neymar und Mbappé Weil das ist ein vollkommen planlos zusammengewürfelter Sturm der aufgrund von Namen verpflichtet worden ist und nicht aufgrund von irgendeiner Spielidee Verstehe das alles, ne? Wenn Mbappé ablösefrei auf dem Markt ist Brauchen wir nicht drüber reden, da musst du das machen Gar keine Frage Aber dieser Sturm in der Besetzung Das sind individuell Vinicius und Mbappé, das sind für mich zwei der drei besten Spieler der Welt von der individuellen Qualität Und Rodrigo ist chronisch underrated Ich finde Rodrigo super Der fällt immer so ein bisschen runter Aber die drei im Setup, das funktioniert nicht Rodrigo ist ursprünglich in seiner Karriere am Anfang auch ein Linksaußen gewesen Und Mbappé und Vinicius wollen in einer Tour die gleichen Räume bespielen und genau das gleiche auf dem Feld machen Und das klappt einfach nicht Vor allem im modernen Fußball Wo einfach alle Vereine gefühlt wieder mit einer echten Neun spielen Also der Trend ist ja ganz klar in den letzten Jahren wieder zu einer klaren Neun gegangen Frag mal bei Barcelona nach, die jetzt mittlerweile mit dem Lewandowski spielen Klar, Lewandowski ist eine spielstarke Neun, ne? Aber eine klare Neun Frag mal einen Manchester City, die mittlerweile mit einem Haarland unterwegs sind Was jahrelang ja überhaupt nicht denkbar war, dass Guardiola mit so einem richtigen Stürmer spielt Und ich finde, du hast letztes Jahr schon bei Real Madrid gemerkt Dass die teilweise an ihre Grenzen gekommen sind Mit dieser Bellingham versucht so halb den Stürmer zu spielen Geschichte Ich weiß, die haben die Champions League gewonnen Aber, und das ist mir ganz wichtig zu sagen Niemand spricht hier davon, dass Vinicius, Mbappé oder Bellingham In welchem Setup auch immer Spiele individuell entscheiden können Niemand spricht denen irgendwo die Qualität ab Die haben die Und da brauche ich mit euch gar nicht drüber zu sprechen So, das seien Mbappé und Vinicius und ein Bellingham Die drei sind so krass Von denen können zwei einen beschissenen Tag haben Und einer hat einen überragenden Tag Und dann kommst du gegen 98% der Mannschaften in der Champions League eine Runde weiter Darüber brauchen wir nicht sprechen Das ist komplett Also, das steht überhaupt nicht zur Debatte Was halt zur Debatte steht Ist, dass es jetzt einfach bei Real in der letzten Saison ja schon so war Das ist zumindest meine Meinung Meine Einschätzung Und ich glaube, das sehen viele von euch ähnlich Das war halt schon recht viel individuelle Qualität Und gleichzeitig natürlich auch ganz viel Kampfgeist Wille Den Wunsch mit Real Madrid zusammen was zu erreichen Die letzte Saison von Toni Kroos beispielsweise Also Real Madrid hat ja schon so ein eigenes Mantel Ich glaube, wir alle sind uns einig Real Madrid war letztes Jahr die erfolgreichste Mannschaft, ja Aber bei weitem nicht die spielerisch beste Ich glaube, da sind wir uns ganz, 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 ganz einig Dass Real Madrid letztes Jahr keine spielerische, unfassbar krasse Mannschaft war Die Kombinationsfußball gespielt hat Wo du dir gedacht hast, wow, wow, wie haben die das jetzt gemacht Das war halt sehr viel individuelle Leistung und sehr viel Kampf Kritische Zungen wird behaupten Es hat auch noch ein bisschen was mit Schießrichtern zu tun Aber da werde ich jetzt mich nicht dran beteiligen Was ich halt dieses Jahr echt krass finde Und ich glaube, das haben wir jetzt alle genug gesehen Ich bin gespannt, ob sich da noch was tut Aber ich glaube, das sind jetzt wirklich zu viele Egos in der Mannschaft Weil Mbappé und Vinicius, den kannst du nicht auf die Bank setzen Und Bellingham kannst du nicht auf die Bank setzen Du hast da sehr, sehr viele Leute, die von sich aus den Anspruch haben Ein Team zu führen und der Kopf einer Mannschaft zu sein Und das wird sehr, 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 sehr schwer Aber ja, soviel zu Real Madrid Ich würde sagen, trotz allem ein 0 zu 4 ist trotzdem ein Tacken zu hoch gewesen In der ersten Halbzeit, wenn es gut läuft, sind wir wieder bei dem Thema Hat Real Madrid ein paar individuell überragende Momente gehabt Wo du auch 1 zu 0 hättest in Führung gehen können Ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe Um mal in Vielversprache zu sprechen Ich hatte das Gefühl, Mbappé hatte keine Plusrolle im Sturm Der hatte so ein komisches Positioning Bro, warum stehst du immer so krass an der Abseitskante? Du bist der Schnellstesspieler der Welt Also du bist der Letzte, der so auf die 3 cm angewiesen ist Also der hat sich wirklich einfach komplett dämlich angestellt, Mbappé, muss man wirklich sagen Und auf der anderen Seite, um jetzt mal auf die positiven Sachen von Barcelona zu sprechen zu kommen Ich finde es super geil, was Chesney gesagt und gemacht hat Weil das absolut richtig ist Iñaki Peña vertritt ihn überragend und hat gestern auch einfach ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht Das gehört auch zum Teil der Wahrheit dazu Und alles andere, ich finde es einfach nur krass Was Hansi Flick einfach aus diesem Barcelona gemacht hat Was der aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, ist so krank Also wirklich, das ist all das, was man sich für seine Mannschaft wünscht Attraktiver Fußball und ein Trainer, der Spieler wirklich besser macht Also Lewandowski, das ist nicht der zweite Frühling Wir sprechen hier, glaube ich, geteilt mit den 1-2 Bayern-Jahren, wo alles funktioniert hat Wir sehen gerade einen Prime, Robert Lewandowski Mit 36, das ist kranke Scheiße Also das ist wirklich kranke Scheiße, wie gut er ist Ich habe Rafinha noch nie in so einer Form gesehen Also den finde ich auch wirklich überragend Pedri ist super in Form Das ist einfach eine unfassbar gute Mannschaft gerade Und ich habe es gestern getwittert Und ich würde mich heute da auch einen Tag später anschließen In der aktuellen Form, in der Barcelona sich befindet Und mit den Mannschaften, also mit der Sample-Size an Spielen gegen die Also von Topspielen, die die jetzt abgeliefert haben Ich habe mich da vor 2-3 Wochen, als mir jemand die Frage im Chat gestellt hat Noch deutlich Moderator ausgedrückt Barcelona ist gerade nichts anderes als ein Top-Favorit auf alle Titel dieses Jahr So wie die spielen, was die gerade für eine individuelle Qualität haben Wie geschlossen die als Mannschaft auftreten So präsentiert sich ein Champions-League-Titelanwärter Wenn du Real Madrid und Bayern München innerhalb einer Woche Zweimal so über den Acker ziehst Bist du nichts anderes als ein Champions-League-Titelanwärter Es gibt keine größeren Mannschaften historisch, die du schlagen kannst Wenn du als Barcelona Real Madrid und Bayern in einer Woche wegmachst Bruder, was sollst du sonst machen? Da müssten die jetzt noch am Mittwoch gegen Manchester City Müssen sie auch noch gewinnen Dann hätten sie wirklich alle Giganten im europäischen Fußball der letzten Jahre einmal abgearbeitet Ganz großen Respekt, was Barcelona da gerade leistet Ihr wisst, dass ich damals ein bisschen kritisch war Weil ich ein paar finanzielle Sachen, die sie gemacht haben, nicht verstanden habe Und ein bisschen irritierend fand Und einfach so ein paar Storys, die so um den Verein herum kursiert sind Aber ich bin jemand, ich versuche so gut es geht Im europäischen Fußball zumindest ab einer gewissen Zeit Solche Sachen wieder auszublenden Und einfach den Sport zu genießen Und Barcelona spielt gerade einen unfassbar geilen Fußball Warst du nicht damals auch kritisch über Hansi Flick? Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr Du fragst mich jetzt, ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern Ich weiß nicht, was ich zu Hansi Flick gesagt habe bei Barcelona Ich kann es dir gar nicht sagen Also falls ich kritisch war, dann hat er auf jeden Fall mich und wahrscheinlich viele andere eines Besseren belehrt Das ist ganz, ganz krass, was der da macht Und ich glaube, das zeigt auch bei Trainern nochmal im Nachhinein Dass es einfach manchmal Setups gibt, die nicht funktionieren Jetzt mal ohne Spaß Hansi Flick hat jetzt drei Stationen gehabt Bayern überragend Nationalmannschaft eher nicht so Und Barcelona stand jetzt überragend Manchmal gibt es dann anscheinend Setups Und das ist ja nicht Hansi Flick der erste Trainer, dem das passiert Wo es einfach nicht funktioniert Wenn wir Barcelona-Fans hier im Chat haben Wird bestimmt auch ein paar geben Kann ich euch auch nur eine Sache sagen Genießt es Das müssen so geile Momente sein Für euch als Fans Nach all der Scheiße, die ihr fressen musstet Auch berechtigterweise Weil ihr viel Unsinn gemacht habt Genießt es Das sieht bei euch gerade sehr gut aus Wenn du in einer Woche wirklich deinen größten Rivalen mit Real Madrid So aus dem Leben nimmst Und auch noch eine Remontada gegen Bayern München machst Die quasi sinnbildlich Bayern München war sinnbildlich über Jahre der Verein Der Barcelona jedes Jahr aufs Neue ganz klar gezeigt hat Dass die großen Zeiten vorbei sind Ich glaube als Barcelona-Fan Wie sagt man so schön Steht man gerade vor dem Endgerät Das muss auch echt geil sein Du bist ein Junge great wie Outt und wie wird BeEh Oh K